Nachdenkseiten Die kritische Website Propaganda mit Preisen Heute schon wieder Korrektiv Ein Kommentar von Tobias Riegel An der Geheimplan-Reportage von Korrektiv wird inzwischen viel Kritik geübt, auch von seriöser Seite. Trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, wird die Reportage weiterhin stur mit Preisen ausgezeichnet. Nach der kürzlichen Verleihung des Leuchtturmpreises folgt nun der Stuttgarter Friedenspreis. Die Nutzung solcher Bühnen zur Meinungsmache ist auch bei vielen weiteren Preisverleihungen festzustellen. Auf das Thema Propaganda durch Preisverleihungen wird weiter unten noch etwas allgemeiner eingegangen. Doch zunächst zum aktuellen Aufhänger. Das unabhängige Recherchezentrum Korrektiv soll im Dezember mit dem diesjährigen Stuttgarter Friedenspreis ausgezeichnet werden. Auf der Website der Veranstaltung ist das noch gar nicht vermerkt, aber in einer aktuell per Mail verschickten Begründung der Initiative Die Anstifter heißt es, Obwohl die rassistische Ideologie der AfD und deren Umfeld schon lange bekannt sind, reagierten viele auf die Korrektivveröffentlichungen mit »Jetzt reicht's« und »Nie wieder ist jetzt«. Hunderttausende gingen Anfang des Jahres bundesweit auf die Straßen und demonstrierten gegen rechts. Diese mächtige Protestwelle geht vor allem auf die Korrektivarbeit zurück. Das ist Fakt, aber nicht nur das. In den folgenden Wochen sank die Zustimmung zur AfD laut Umfragen um etwa zwei Prozent. Auch das dürfte eine Folge der Proteste gewesen sein. Sie zeigt, gegen den Anmarsch der Rechtsextremen lässt sich etwas tun. Das honoriert der diesjährige Friedenspreis. Zitat Ende. Der Vorgang erinnert an die kürzlich vollzogene Verleihung des Leuchtturmpreises vom Netzwerk Recherche an Korrektiv. Darüber hatten wir im Text »Korrektiv-Tweet für deutsche Teilung, weil die Ossis falsch wählen« berichtet. Dort wird ein Artikel in Übermedien von Christoph Kucklick, Stefan Niggemeier und Felix W. Zimmermann mit dem Titel »Der Korrektivbericht verdient nicht Preise, sondern Kritik und endlich eine echte Debatte« zitiert. In dem Artikel wird begründete Kritik daran vorgebracht, dass einerseits die Darstellung eines Geheimtreffens in der von Korrektiv gelieferten Form in Teilen fragwürdig sei, dass aber andererseits Korrektiv dafür trotzdem noch mit einem einstmals renommierten Medienpreis geehrt würde. Längst ist offenkundig, wie problematisch die Korrektivberichterstattung und ihre Rezeption sind und wie sehr gleichzeitig in weiten Teilen der seriösen Presse eine kritische Auseinandersetzung damit fehlt. Die Autoren fassen bezüglich des nun nochmals auszuzeichnenden Korrektivtextes zusammen. Richtig ist, der Text ist misslungen, das Verhalten von Korrektiv nach der Veröffentlichung fragwürdig und die Berichterstattung vieler Medien eine Katastrophe. Richtig ist auch, die Proteste, die der Artikel ausgelöst hat, sind gut und wichtig. Er hat viele Menschen alarmiert, die sich zu Recht über die Verbindungen zwischen bürgerlichen Kreisen und dem rechten Rand sorgen. Den letzten Teil dieser Aussage zur guten Wirkung eines schlechten Textes finde ich fragwürdig. Dazu folgt unten mehr. Übermedien hat inzwischen ergänzt, dass zu dem Text mittlerweile eine kritische Replik von Übermedien-Autor André Reisin erschienen sei. Den Text lesen Sie hier, verlinkt. Die Stellungnahme von Korrektiv lesen Sie hier, ebenfalls verlinkt. In dieser Stellungnahme schreibt Korrektiv wenig überraschend, das Wichtigste vorweg, Der Kern unserer Recherche bleibt unangetastet. Es habe zwar juristische Angriffe gegeben, die sich aber immer nur gegen Details gerichtet hätten. Die meisten davon hätte Korrektiv aber erfolgreich abgewährt. Weitere nicht besonders sachliche Reaktionen von Korrektiv auf die Kritik findet sich unter einem verlinkten X-Tweet. Meiner Meinung nach klingt die Kritik von Niggemeier etc. an Korrektiv und der medialen Rezeption sehr nachvollziehbar. Jetzt erst recht. Ich finde auch nicht nur das Verhalten der Medien in diesem Zusammenhang kritikwürdig, sondern auch die Verweigerung der Realitäten, die sich in den wiederholten Preisverleihungen für einen fragwürdigen Beitrag niederschlägt. Ich empfinde das fortgesetzte Aussprechen dieser Ehrungen als eine sture Flucht nach vorne, als würden die Verteidiger und Auszeichner des Korrektivtextes mit den Füßen aufstampfen und rufen, Jetzt erst recht, wir lassen uns unsere Geheimplanaufregung doch nicht von solchen Nebensächtigkeiten kaputt machen. Es gibt in der Diskussion um den Korrektivtext die Tendenz, sinngemäß zu sagen, ja, der Text ist schlecht, aber dafür war seine Wirkung doch umso besser. Das sehe ich nicht so. Eine Wirkung, die auf einer mutmaßlich teilweisen Dramatisierung beruht, sollte man nicht loben. Darum würde ich diese Aussage auch im oben gebrachten über Medien Zitat kritisieren. Dass aber mit der Kritik an einem fragwürdigen Artikel nicht das wichtige Engagement gegen Rechtsextremismus diffamiert werden soll, ist ebenso selbstverständlich. Die Verleihungen des Leuchtturmpreises und des Friedenspreises an Korrektiv sind nicht die ersten Ehrungen für das unabhängige Recherchezentrum. Nach eigenen Angaben wurde das Projekt seit der Gründung 2014 mit über 30 Preisen für seine journalistische Arbeit ausgezeichnet, unter anderem mit dem Grimme Online Award, dem Nannenpreis, dem Helmut-Schmidt-Journalistenpreis, dem Otto-Brenner-Preis für kritischen Journalismus und dem deutsch-französischen Journalistenpreis. Die hochtrabende Selbstdarstellung von Korrektiv findet sich unter einem verlinkten Link. In einem ebenfalls verlinkten Artikel hat Florian Warweg die Finanzierung der Gruppe untersucht und kommt zu dem Schluss, dass das unabhängige Korrektiv in fragwürdiger Weise auch von US-Oligarchen und Bundesbehörden finanziert wird. Das Phänomen einer trotzigen Flucht nach vorne und einer offensiven Ignoranz gegenüber neuen Wissensständen ist teilweise auch bei den Themen Corona-Politik, Sprachverrohung und Militarisierung zu beobachten. Dass auch Veranstaltungen wie Journalist des Jahres, Cinema for Peace oder die Grammys für Meinungsmache genutzt werden, haben wir im Artikel Kulturpropaganda und Preisverleihungen thematisiert. Auf weitere konkrete Beispiele dieser Form der Propaganda gehen wir etwa in den Texten Die Russen sind Unrat, Pamphlet erhält den Friedenspreis des Buchhandels oder Kein Scherz, Sarah Blind-Darm-Bosetti erhält Grimme-Preis oder Karlspreis für das Kriegsmaskottchen und noch mehr Preispropaganda oder Corona, die bizarre Selbstsicht der Medien oder Kulturpropaganda bei Leipziger Buchmesse. Wenn Spaltung zu Verständigung erklärt wird oder Weißwaschung inklusive, Nawalny erhält Postum Friedenspreis ein. Alle Artikel verlinkt innerhalb des Textes. Als aktuelles Beispiel seien die jüngsten Auszeichnungen für die antirussische Hardlinerin Anne Applebaum erwähnt. Dazu hatte Rupert Koppold in einem verlinkten Artikel geschrieben. Die deutschen Friedenspreise sind kriegstüchtig geworden. Ihre Namensgeber und ihre Satzungen, die zu Völkerverständigung oder gar Pazifismus aufrufen, sind nur noch Ballast und werden inzwischen ignoriert. Gepriesen wird jetzt, wer lautstark nach Waffen schreit und jeden Wunsch nach Verhandlungen denunziert. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Vielen Dank.